Musik Es ist für mich eine große Freude bei eurer Taufe predigen zu können. Heute werdet ihr bekennen, dass Jesus euer Herr ist. Ihr werdet es festmachen und feiern. Ich bin Pastor hier seit zweieinhalb Jahren in der Ansgar Kirche Hamburg. Vorher habe ich in Hessen gelebt, in der Nähe von Frankfurt. Und dort hatten wir ein Gemeindezentrum in einem ehemaligen Autohaus. Wo einmal die Werkstatt war, da war unsere Halle für den Gottesdienst. Und am Anfang hatten wir noch diese Rolltore, wo die Autos durchfahren können, noch keine normalen Türen. Und wir hatten einen Gastprediger und er hatte die Idee, er kommt mit dem Auto durchs Rolltor gefahren, vor die Bühne. So, das war natürlich unvergesslich. Also er fuhr tatsächlich mit dem Auto durch die Halle vor die Bühne. Er stieg aus, ging nach oben und fragte, wenn das Auto dein Leben ist, wo würde Jesus sitzen? Welchen Platz würdest du ihm geben? Welchen Platz würdest du ihm geben? Vielleicht auf die Rückbank? Ja. So als Beifahrer? Ja. Als jemand, zu dem man sich ab und zu mal umdrehen kann und ein bisschen reden? Für manche Leute ist Jesus so, ne? Ab und zu wenden sie sich mal an ihn und fragen ihn vielleicht um Rat oder … Oder würdest du ihn neben dich sitzen, auf den Beifahrersitz? Oder würdest du ihn hinten in den Kofferraum packen, wie so eine Notfallausrüstung für den Notfall? Ja. Manche Leute haben Jesus so für den Notfall dabei, ja? Wenn mal das Leben nicht so gut läuft, dann mal beten oder so. Ja. Oder würdest du sagen, Jesus, setz dich doch mal vorne hin und fahre du mein Auto? Ja. Würdest du ihm die Macht über dein Auto geben, das Lenkrad, das Gaspedal … Würdest du ihm die Macht über dein Auto geben, das Lenkrad, das Gaspedal … Ja. Ja. Wenn ihr gleich euch Taufeln lasst, dann sagt ihr, Jesus soll mein Herr sein und er darf mein Leben lenken. Er darf Gas geben, er darf auf die Bremse treten. Er darf selber entscheiden, ob es rechts oder links lang geht. Er darf entscheiden, wann angehalten wird und wann weitergefahren wird. Er hat die Macht, die Herrschaft über mein Leben. Die Taufe ist auch die Klärung dieser Frage der Macht. Wer hat das Sagen? Wer ist der König? Ja. Nach der Taufe ist klar, Jesus ist euer Herr. Ja. Ich leze Römer 6, ab Vers 3. Ich leze Römer 6, ab Vers 3. Ja. Ich leze Römer 6, ab Vers 3. Ja. Genau. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Damit, wie Jesus Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung mit ihm gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist und der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt hinfort nicht stirbt. Der Tod kann sofort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr. Haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Amen. Amen. Verse 6. Verse 6. 1. 10. 9. 10. 12. 12. 13. 13. 15. 16. 16. 18. 18. 19. 20. 22. 22. 23. Wenn Jesus die Macht in der Bibel und uns im Leben bekommt, wenn wir sie ihm geben, wenn Jesus die Herrschaft bekommt, verlieren wir zwei andere Dinge die Herrschaft, die Macht. Zwei Dinge, die das Leben jedes Menschen normalerweise beherrschen. Der Tod und die Sünde. Und erst mal der Tod. Über Jesus heißt es, der Tod kann sofort über ihn nicht herrschen oder der Tod ist nicht mehr sein Herr. Der Tod hat normalen Macht über jeden Menschen. In Deutsch sagt man, der Tod hat das letzte Wort. Aber Jesus, das ist ja das Besondere an ihm, was ihn unterscheidet von allen anderen Menschen, er stand von den Toden auf. Das ist was wir an Ostern feiern. Und Jesus war wirklich gestorben. Die Römer wussten, was sie tun, sie haben ihn gekreuzigt. Und in der Bibel wird berichtet, dass die Soldaten auch die Lanze in seine Brust gestoßen haben, als er am Kreuz hing. Und das haben die Römer gemacht, um auch sicher zu gehen, dass die Menschen gestorben sind. Und es lief Blut und Wasser heraus, heißt es dann. Blut ist logisch in das Wasser, das ist die Flüssigkeit, die sich in der Lunge ansammelt, wenn jemand gestorben ist. Er wurde einbalsamiert und beerdigt in einem Grab. Und dann berichtet die Bibel, dass er nach drei Tagen aufersteht. Und dass über 500 Leute, berichtet Paulus, einmal das bezeugen können, dass sie gesehen haben, wie Jesus den Auferstanden gesehen haben. Und es hat es noch nie gegeben. Und so etwas wird es auch erst am Ende der Tage wieder geben. Und wir, wenn wir uns taufen lassen, wir sagen, ich werde eins mit diesem Tod. Und jetzt legen wir euch unter Wasser. Wie eine Beerdigung. Aber Gott sei Dank, wir lassen euch nicht im Wasser, sondern ihr steht wieder auf mit Jesus. Das ist mehr als nur ein Symbol. Das bedeutet, ein tiefes Eins werden mit dieser Tatsache. Das heißt, ich bekenne, ich bin mit Jesus auferstanden und dadurch hat auch der Tod nicht mehr das letzte Wort. Ich stehe auf zu einem ewigen Leben mit Jesus. Wir haben die Hoffnung, dass wie Jesus einen neuen Körper bekommen hat, auch wir einen neuen Körper bekommen werden und von den Toden auferstehen. Und diese Macht, die der Tod über den Menschen hat, wird dadurch gebrochen. Das hat konkrete Auswirkungen. Das bedeutet, etwas für die Art, wie wir ans Leben gehen und wie wir fühlen. Viele unserer Ängste gründen in der letzten Angst vor dem Tod. Wir können uns versuchen, in diesem Leben so sicher wie möglich zu machen und alles versuchen zu kontrollieren und uns sicher zu machen. Und sterben irgendwann trotzdem. Und das verursacht natürlich eine Angst, wenn ich auch nicht weiß, was ist denn dann. Und diese Angst darf jetzt verschwinden und durch eine Hoffnung ersetzt werden. Und diese Tatsache jetzt nicht mehr zu machen und bei dir eine Hoffnung wartet. Und das bedeutet, dass auch insgesamt unsere Ängste weniger werden. Denn was immer auch passiert in diesem Leben, egal wie schlimm es wird, wir wissen, wo wir hingehören und was mit uns geschehen wird. Und so heißt es im zweiten Timotheus Brief, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das ist eine Art wichtiges Nebenprodukt der Taufe, worauf ihr euch freuen könnt. Das zweite ist, die Macht der Zünder wird gebrochen. Das zweite ist, die Macht der Zünder wird gebrochen. Das zweite ist, was er gestorben ist, ist er der Zünder gestorben ein für alle Mal. Oder Vers 7, wer gestorben ist, ist frei geworden von der Zünder. Wie kann man sich das vorstellen? Ich bin gestorben und damit frei geworden von der Macht der Zünder. Zünder ist ja alles, womit wir gegen Gottes Gebote verstoßen und letzten Endes anderen Menschen und uns schaden. Es sind Dinge, die wir oft an uns selber und auch an anderen nicht mögen und eigentlich verabscheuen und trotzdem tun wir sie immer wieder. Es sind Dinge, die wir auch an uns selber machen können, die wir auch an uns selber machen können, die wir auch an uns schaden können. Aber wir machen diese Dinge, die wir auch an uns schaden können. Ja, lügen, neidisch werden, unerlich sein und so weiter. Abhängig sein, süchtig sein von irgendetwas oder sich nicht unter Kontrolle haben. Ich könnte jetzt viele Dinge aufzählen. Wir haben erkannt, Jesus ist für dieses Zünder am Kreuz gestorben. Und hier steht jetzt, wir sind erst für alle mal für diese Zünder gestorben, aber wir sind ja auch gestorben. Das heißt, unser altes Leben oder alter Mensch, unsere alte Existenz ist mit ihm gestorben am Kreuz. Das heißt, die Macht, die die Tatsache hat, dass wir Sünder sind, ist gebrochen, ist vorbei. Wir sind jetzt keine Sünder mehr. Die Bibel nennt sehr unperfekte Christen an vielen Stellen Heilige. Aber es ist doch noch Sünder in unserem Leben. Ja. Ja. Und es ist immer wieder gut, wenn wir das vor Gott bekennen. Und trotzdem dürfen wir wissen, die Macht dieser Sünde ist gebrochen. Amen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich aus dem Taufbecken gekommen bin und ich komme wieder in eine Versuchung zu sündigen? Vielleicht mache ich ein Beispiel. Ein Beispiel. Jemand zieht in ein anderes Land. In dem Land, aus dem er weggezogen ist, hat er noch ein paar Dinge gemacht, deswegen ist die Polizei hinter ihm her. Jetzt lebt er in dem neuen Land. Und auf einmal kommt ein Polizist aus dem alten Land. Und sagt, so, du hast viele Dinge falsch gemacht, du hast gegen das Gesetz verstoßen, ich will dich jetzt verhaften. Und dann ist es ganz wichtig zu wissen, Moment mal, dieser Polizist, der hat hier überhaupt keine Befugnis, der hat hier gar keine Zuständigkeit. Der hat hier gar keine Macht. Es stimmt so, was er sagt, aber er kann mich hier nicht verhaften. Ich kann natürlich auch Angst haben und mich einfach verhaften lassen. Ja, wenn die Versuchung kommt, also wenn wir wieder merken, wir würden gerne etwas falsch machen. Dann ist es wichtig zu wissen, das hat jetzt keine Macht mehr über mich. Ich bin gestorben, ich bin mich nicht mehr zuständig für sowas. Das ist mein altes Leben. Ja, ich habe bestimmte Arten und Weisen zu denken mitgenommen in mein Neues, aber Macht hat es jetzt keine mehr. Ich bin jetzt im Machtbereich von Jesus. Ich bin in einem neuen Land. Und diese Sünde aus dem alten Land, die hat hier nichts zu sagen. Vers 11 heißt es, Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Jesus Christus. Also macht euch bewusst, dass es so ist. Vers 11. Vers 11. Ich muss also lernen, mich auch in einem neuen Licht zu sehen, in einer neuen Art und Weise zu sehen. Als jemand, der gestorben ist für die Sünde. Und das gilt auch, wenn man der Versuchung erliegt und wieder sündigt. Ja, wir sündigen nur noch, weil wir bestimmte alte Vorstellungen aus dem alten Leben mitgenommen haben. Ja, wer zum Beispiel immer gesagt bekommen hat, du bist ein Versager. Ja, das hat ihm vielleicht seine Familie gesagt, seine Lehrer gesagt, seine Freunde gesagt. Dann ist diese Stimme aus dem alten Leben natürlich noch laut. Und er will dich daran hindern, jetzt das neue Leben in Jesus wirklich auszuleben. Und er will dich daran hindern, jetzt das neue Leben in Jesus wirklich auszuleben. Vielleicht sagt dir jemand in der Gemeinde, hey, willst du da und da mitmachen? Du könntest das bestimmt. Und die alte Stimme sagt, oh nein, du bist ein Versager, du kannst das nicht. Und jetzt mal zu sagen, Moment mal, das alte ist doch gestorben. Das neue sagt, du bist, ähm, du lebst im Sieg, du bist das Licht und Salz der Welt. Du hast den Heiligen Geist bekommen, Jesus lebt in dir. Wenn du den Heiligen Geist bekommst, wirst du in dir leben? Wenn du darauf hörst, wirst du vielleicht sagen, okay, ich versuche das, ich mache mit. Mit Gott wird es irgendwie schon gehen. Wenn du in dieser Zeit gehörst, wirst du, okay, ich will mich aufzulegen. Ich will mich aufzulegen, ich will mich aufzulegen. Ich will mich aufzulegen. Wir müssen wirklich verstehen, dass wir aufzulegen müssen und sagen, diese alten Dinge, diese alten Stimmen, die haben keine Macht mehr bei uns. Die Stimme von Jesus darf mir sagen, wer ich jetzt bin. Ja, in 1 Korinther 2 heißt es, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen. 2 Korinther 2. Wir haben den Geist der Welt empfangen, der aus Gott kommt. Damit wir erkennen, was uns von Gott geschenkt worden ist. Auf diese Stimme müssen wir lernen hören. Die alten Stimmen haben ihre Macht verloren. Die Stimmen des Todes, die uns Angst machen wollen. Die Stimmen der Sünde, die uns vom Weg mit Jesus abbringen wollen. Die Stimmen der Sünde, die uns vom Weg mit Jesus abbringen wollen. Und vielleicht bin ich zum Beispiel in einem religiösen Umfeld groß geworden. Und dann sagt mir so eine alte Stimme, ja siehst du, Gott wird dich hassen für das, was du gerade gedacht oder getan hast. Aber die Bibel sagt, dass Gott uns liebt. Und dass er sich freut, wenn wir umkehren und ihm sagen, was los ist. Und dass wir das Neue ergreifen dürfen. Und dass wir das Neue ergreifen dürfen. Die Bibel sagt, dass Jesus für diese Dinge am Kreuz gestorben ist. Und dass wir das Neue ergreifen dürfen. Und dass wir das Neue ergreifen dürfen. Wir sind gestorben mit Jesus. Wir sind gestorben mit Jesus. Du kannst auch sagen, liebe Sünde, es tut mir leid, ich bin jetzt tot. Ich bin nicht mehr angreifbar. Ich kann nichts mehr machen, ich bin gestorben. Wenn du dich an Jesus wieder über mich haben willst. Und Jesus kann das gut damit umgehen. Ja, gleich werdet ihr euch taufen lassen. Wir kennen, dass ihr mit Jesus gestorben seid. Euer altes Leben ins Grab legt. Und mit ihm aufersteht zum neuen Leben. Ein neues Leben. Genau. Mit auferstehen. Ein Leben in Jesus und vereint mit ihm. Ein Leben für Gott und unter der Gnade. Ein Leben für Gott und unter der Gnade. Und ein Leben, in dem es noch ganz viel zu entdecken gibt mit Jesus. Und ein Leben, in dem es noch viel zu entdecken gibt mit Jesus. Ihr seid nicht mehr unter der Macht des Todes. Ihr seid nicht mehr unter der Macht der Sünde. Ihr seid nicht mehr unter der Macht der Sünde. Sondern ihr seid neue Menschen und ihr steht jetzt in seiner guten Herrschaft. Amen. Ihr seid nicht mehr unterteilt. Vielen Dank.